Magst du COD nicht so wirklich heier heier machen gehen? Das ist Samstag. Ich kann auch überzeitlich heier heier machen. 71%, da hat es noch 80%. Bei viel höherer Stärke. Sehr gut. Und ich könnte mir ein Salben mischen. Das ist jetzt teuer. Ich bin 11. Das erklärt einiges. Gut. Ich bin 6. Irgendwie glaube ich euch nicht. Ich darf nur bis 21 Uhr aufbleiben. Aber sicher doch. Antidepressivum. Brauche ich 3? Da brauche ich 3. Jetzt nicht am. 12 bis 14. Ich glaube schon eher. Antidepressivum. Das muss nochmal um 2 runter. Schwierig. Warum lass ich das erstmal auf 3 hoch schieben. Ich muss das nur um 1 hoch tun. Auf den Wimmer hier nochmal ein bisschen. Mitgenommen und kann weiter gucken. Ich bin mir jetzt nach und vor nicht sicher, ob er versucht mich zu trollen. Ja. Über 12 an darf ich es 22 Uhr aufbleiben. Es ist schon 22 über 30. Aber okay. Aber okay. So. Wirkstoff verbilligen. Was importiere ich denn? Was noch nicht? Auf Stufe 1. Ist schon alles auf Stufe 1. Kredite. 30.000 noch. So. Maximale Wirkung bei maximaler Nebenwirkung. Ja. Geil. Hat mein Handy in mein Zimmer geschlichen. Sollte ich aber werden verkaufen. Nicht selbst einnehmen. Hallo. Was sind denn das für Aussagen hier schon wieder? Hm. D-. Was ist denn das Problem beim Anginamittel? Das ist doch toll. Das Kribb ist doch schön wenn es kribbelt. Hallo. Geschmuggelt. Ich glaube das da ist zu teuer. Hautaufschlag hat es nur so eine Maximalstärke. Maginamittel weiß ich gar nicht was das für eine Stärke hat. Eventuell ist es zu schwach. Aber ich mache ja Plus und zwar 4 im Monat. Geil. Toll. Ich muss ja erst bei meinem Kredit loswerden. Dann sind wir, dass ich weiter klitz. Wenn das dein Handy ist, warum musst du das in dein Zimmer schmuggeln? 73%. Da brauche ich mal ein paar Salben mischen, aber ich muss erst mal meinen Kredit abzahlen. Das liegt natürlich bei 100%, mein Schwangerfrau. Ich muss das im 21 Uhr hier abgeben. Klingt ja geil. Klarungsbewilligung. Ich muss immer mein Handy, wenn ich zu viel zocke. Kauf dir ein Computer. Als ich jung war, da hatte ich gar kein Handy. Ich habe auch heute noch kein Smartphone, sondern so ein Billig-Handy. Machst du ein bisschen Verluste, dann muss ich mal hinter der Haut ausschlagen. Ist aber maximal wirkungsvoll. Aber es ist übersättigt. Hm. Kommt fünf wieder wieder. Ein solcher Film-Video mit Handy. Na ja, die Tomete siehst du denn ich nicht wie. Na ja, die Tomete siehst du denn ich nicht wie. Was? Was? Gelfinio schreibt mal einen ordentlichen Satz. Was willst du mir damit sagen? Spreche er Deutsch mit mir. Wie lange darfst du aufbleiben? Bis ich ins Bett will. Siehst du, denke ich, nicht wieder. Wie kommst du drauf, dass ich die Tomete nicht wieder sehe? Das ist einer von Dämonen-Zuschauern. Die haben auch keinerlei Erwartungen. Der kommt wieder. Wenn ich irgendwie, weiß nicht, wieder Open Arena spiele oder ein Rennspiel. Jetzt muss ich diesen Kredit. Ich muss auch aufbauen und weiterbauen. Warum alle drei? Ich muss meine Kosten mal optimieren. 58. 58. Dann würde ich auch gerne aufbleiben. Ja, muss der älter werden, dann geht das. Maximal. Aha. Jetzt wollen wir die Kredite zurückzahlen. Und schlagere ich, habe ich 42. Toll, ich muss gleich wieder neuen Kredit aufnehmen. Entweder das oder ich muss warten. Ich hasse warten. Aufnehmen, aufnehmen. Mal kurz gucken, was könnte ich denn? Ich könnte mir was mischen. Was mischen, was mischen. Irgendwas mit Akne. Ein Anti-Akne-Mittel. Das mische ich einfach mit Trüb-Die-Sicht. Ha. Perfekt. Moment. Äh, muss ich erst schütteln. Kann ich denn schütteln? Nein, ich habe keinen Schüttler. War schon hart gestern. Was genau? Ich kann dann in einer Wohnung leben und in der Tage nach Essen und Socken abwechseln. Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Hallo? Was gefiel dir denn an gestern nicht? War doch toll. Ähm. Wenn ich jetzt so bin, dann habe ich schon was gegen Magengeschwüre. Magengeschwüre. Ich muss hier definitiv mal optimieren, glaube ich. Magengeschwüre habe ich nicht. Magengeschwüre. Da muss ich auch nichts mischen, ne? Gibt auch nichts gegen Sodbrennen, ne? Ich nehme mal den Kleinkredit. Und dann Sodbrennen. Das liegt nämlich direkt bei 19. Das ist jetzt nicht so das Mega-Ding, aber ich muss nur einmal runter und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe mich doch gestern sehr gut geschlagen. Ich weiß nicht, was du meinst. Meine Oma ist 2013 wegen einem Magengeschwüre gestorben. Oh. Äh. Das tut mir leid. Ich könnte jetzt einen Witz machen, aber dann lasse ich mal. Erstmal Sodbrennen. Irgendwann. Ich heile jetzt erstmal Sodbrennen und dann... Kostet das 10 Tau, Alter. Der Käpt'n ist wieder... Du hast weg. Achso, stimmt. Du wolltest ja in 5 Minuten wiederkommen. Und manchmal achte ich sogar drauf, was man... Nein, tue ich nicht. Ich bin schon im Spielen überfordert. Da kann ich nicht auch noch auf die Kommentare achten. So, und ich muss schütteln. Schütteln. So, 18-Hormone-Input-Töte. Ah, das hat 2 Meter Nebenwirkungen. Das ist ja ekelhaft. Wir haben getrollt. Ich kenne uns, sind sie beide 13, aber jetzt trolle ich gerade nicht mehr. Ne, das sagen die Trolle immer, dass sie nicht trollen. So, dann wollen wir mal noch mehr von diesem Zeug einkaufen. Was ist das überhaupt? Absondern aus Zorit. Was auch immer, was ist Zorit? Heißt das jemand? So muss ich einmal um... Und 3 runter. Kein Problem. Um 3 runter. Und dann muss ich es verdampfen. Aber jetzt soll ich trotzdem pennen gehen, sagt meine Mann. Das ist 22.30 Uhr. Soll es vielleicht ins Bett gehen? Und dann haben wir hier immer noch kein Gewinn. Ich brauche mehr Gewinn. Ähm, Magengeschwürde. Ich brauche einen Autoclave. 8 bis 12. Ich muss also erstmal runter. Ich kann vorgucken. Ja. Ich kann vorgucken, meine Pumpte hat man über sie einpäne. Das geht natürlich auch. Ist ja nicht meine Entscheidung. dann noch mal um eins gewinnt hat zur not ginge das habe ich 9 16 48 ich muss jetzt zeug billiger machen ja so langsam nimmt das trotz kredit was an oder ich brauche noch mehr medikamente ein schmerzmittel vielleicht kennst du watt am 58 nein noch nie gehört nämlich mal ein schmerzmittel insta ich habe kein instagram das habe ich doch schon durch gespielt wird das normal spielen also die qualität an noch mal ich will irgendwann mal die anderen teile noch spielen irgendwann bin sicher irgendwann würde ich mal so weit kommt stellen wir gleich mal etwas hochwertiges her hochwertig nicht in meiner firma da haben wir ein migräne mittel das sind an bergten bis 9.8 das heißt also noch drei sind der vierte meintes alarm zu 2 oder nach welcher benennung das ist irgendwie scheiße sehr scheiße ja dann guck es halt nicht an wie nur immer rum holen muss das anders hinstellen jetzt sind wir das soviel lang besser mhm schwierig grad mal gucken Hm. Nein. Scheiße. schlecht ich habe irgendwann aber auch nicht mehr alle teile gespielt weil wohl ziemlich kacke ich brauch mal noch das passt das da nicht hin wir kriegen das schon dahin das schon da rein also wenn es sagt die mitte finden wir ihnen noch mal spielen spielen also so machen wir schon mal ein träne mittel da kann man auch irgendwas rein stopfen ja die kräfte ist ja jetzt doch nicht schwer noch normale schmerzmittel machen das ist jetzt ein migräne mittel das wird nicht passieren weil das unmöglich ist noch ja das wird nicht passieren haben drei sechs katzen geht so durchschnittlich katzen sind durchschnittlich damals ist es wieso hat sie durchschnittlich sind die wahrheit wirkstoff wirkstoff was importieren ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht siehst du jetzt so wirtschaftlich aus ich hab mal auf zeug und die hälfte davon ist kacke ja geil w plus müssten die nicht langsam mal abe kommen und dann dauert das denn kann es dir gerne mal siedler 1 komplett ohne speichern laden durchspielen ich möchte dich davon nicht abhalten meine abonnenten glaube ich alle so ein bisschen was im kopf aber ich bist noch mal runter oder wird auch das nein so möchte das nicht bauen wenn du keine ahnung hast was im chat abgeht aber okay fortsetzen natürlich so leicht kann ja jeder wir wollen ja hardcore zurückzahlen mal bitte ich wollte jetzt irgendwas machen richtig wir haben bei autismus ist alles wir machen doch mal eine stelle bei 7 habe ich denn da eben angeguckt dass ich da eben jetzt irgendwie schlechter als vorher bin ich dann völlig verblöde ich muss nicht runter ich muss hoch voll voll okay wir optimieren noch mal zwei stunden haben so jetzt vielleicht nein das nicht es gibt keinen heiligen autismus so soll ich jetzt noch salve draus machen vielleicht nicht durch desktop scrollen ich weiß ob das so gut durch die aufnahme ist ich weiß gar nicht wobei es sollte weiterhin aufnehmen richtig 10.800 das kostet das ist ja nicht mehr schön ich kann ich kann auch